Der Park wird durch zwei Wege durchquert, deren Breite mit x bezeichnet wird. 1. Drücke den Inhalt der gesamten Rasenfläche als Polynom von x aus. 2. Berechne den Flächeninhalt der Rasenfläche, wenn a x gleich 2 m ist, b x gleich 3 m ist und c x gleich 2,5 m ist. Im Punkt 1 sollen wir den Flächeninhalt dieser gesamten grünen Fläche als Polynom von x ausdrücken. Um den Flächeninhalt dieser gesamten grünen Fläche herauszufinden, kann man zum Beispiel vom gesamten Flächeninhalt des Parks den Flächeninhalt dieser zwei Wege abziehen. Der gesamte Flächeninhalt vom Park beträgt natürlich 40 mal 100. Und von 40 mal 100 ziehen wir den Flächeninhalt von diesem Weg ab, also 100 mal x, daher minus 100 mal x. Wir ziehen auch den Flächeninhalt von diesem Weg ab, also 40 mal x, daher hier minus 40 mal x. Aber so haben wir den Flächeninhalt von diesem Quadratchen zweimal abgezogen, also müssen wir ihn einmal wieder addieren. Und so haben wir den Flächeninhalt als Polynom ausgedrückt. Wir finden x hoch 2 minus 140 x plus 4000. Im Punkt 2a sollen wir diesen Flächeninhalt herausfinden, wenn x gleich 2 m ist. Dazu brauchen wir aber nicht diese Rechnung zu wiederholen für x gleich 2, sondern es reicht einfach, x hier durch 2 zu ersetzen. Das bedeutet also, wir suchen den Zahlenwert von diesem Polynom an der Zahl 2. Wenn wir hier x durch 2 ersetzen, so ergibt das diese Rechnung. Aber Vorsicht mit der Reihenfolge der Operationen. Zuerst rechnet man die Potenzen, dann rechnet man die Multiplikationen und erst dann die Subtraktionen und die Additionen. Das heißt hier, wir rechnen zuerst 2 hoch 2, das macht 4, dann bleibt keine weitere Potenz. Also kann man jetzt dieses Produkt rechnen, minus 140 mal 2, das macht minus 280. Und jetzt bleiben nur noch Subtraktionen und Additionen. So finden wir also, dass der Flächeninhalt von dieser grünen Fläche, wenn x gleich 2 ist, 3724 Quadratmeter beträgt. Wenn x 3 ist, in klein b, reicht es, p von 3 zu berechnen. Das heißt, wir ersetzen hier x durch 3. Wieder achten wir auf die Reihenfolge der Operationen. Zuerst Potenzen, dann Multiplikationen und erst dann Subtraktionen und Additionen. So finden wir als Flächeninhalt 3.589 Quadratmeter. Wenn x 2,5 ist in klein c, dann kann man mit der Dezimalzahl 2,5 arbeiten. Persönlich mag ich lieber die Brüche. Das macht jeder, wie er will. Auf jeden Fall ersetzen wir hier x da und da durch 2,5 oder auch 5,5. Wieder achten wir auf die Reihenfolge der Operationen. Und so finden wir in klein c, dass der Flächeninhalt von diesen grünen Flächen, wenn x gleich 2,5 ist, 3656,25 Quadratmeter beträgt. Das ist ein Rekord, das ist ein Rekord, das ist ein Rekord.